Servus und Grüß seid ihr hier am Kanal zum Herdreis Predator Cup 23 Tag 1, 2. Hälfte. So kurze Übersicht noch, am Vormittag haben wir angefangen, die meisten werden das Video eh gesehen haben, ansonsten verlinke ich es euch da. Ein paar Zander, etliche Barsche und ein Hechten. Ja, wie es uns in der zweiten Hälfte vom Tag noch so gegangen ist und die Mehreren werden wahrscheinlich schon mega gespannt sein, was da der Hannes für einen Fisch aus dem Bandl bekommen hat. Darum werde ich nicht mehr länger auf die Folter spannen und wir fahren fort mit dem Video nach dem Intro. Viel Spaß! Barsche! 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 Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, rein geht's. Pass mal rein. Ich zieh schon volle Mischau, oder? Ja, pass auf, das ist der Schaum. Jetzt haben wir so 1,50 Meter wollen. Einfach nur geil. Ich hab die Knopf gehabt, oder? Ja. Na ja, und dann nicht eben so auf die Hände da. Ja, ich hab ja nicht die normale Füße. Ja, nicht Wasser. Ja, das ist Karnabosium. Cashel Misch. Da hat man großen Cashel nur. Sehr geil. Oh Gott, wieso wurde das über die Person? Ja, und warum du über die verkehrten Fische fangst. Der hat aber die jetzt gemacht. Ja. 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 Der ist fett. Der ist fett. Fett wie man. Der ist fett. Ja. Der ist fett. Der ist fett. Der ist fett. Der ist fett. Ja, soviel zu nehmen. Super Wick auf. Voila, wollen wir was mitbringen? Ja, wollen wir. So, das war's vom ersten Tag vom öteres Predator Cup 2023, ja, ein wahnsinns Überraschungsfisch vom Hannes, zählt zwar für den Weltbewerb nicht, aber ist ein echter Wahnsinns Fisch, also kräftiges Bett drin haben wir dazu. Ja, am Nachmittag, wie ihr gesehen habt, gar so viel ist nicht mehr gegangen und nichtsdestotrotz, zwei Hechten haben wir noch dazu gefangen, also so schlecht sind wir eigentlich gar nicht aufgestellt für den zweiten Tag. Ja, wie es uns am zweiten Tag geht, seht ihr wie gewohnt, nächste Woche Samstag kommt das Video online. Ja, ich möchte jetzt nur mal die Gelegenheit nutzen und mich bei euch für eure Unterstützung, also für die Abos und die Likes, mir recht herzlich bedanken, ohne euch geht's nicht, sonst machen die Videos keinen Sinn. Ja, natürlich möchte ich mir beim Bürofisch Stefan Resch recht herzlich bedanken für seine Unterstützung, was ihr uns auch immer wieder zukommen lasst. Also, wenn ihr in den Sharing seid, schaut vorbei, wenn ihr ins Fischengeschäft habt, ein Mutzersortiment, egal ob über Kapfenangeln oder Spennfischen, Raubfischen, Wollerfischen, hat wirklich für jeden Sektor alles hier drin, lohnt sich auf jeden Fall, dass ihr mal vorbeischaut, würde mich auch recht freuen. Ja, in dem Sinn, würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen hoch da lasst, wenn euch das Video gefallen hat, für die, die noch kein Abo haben, abonniert unseren Kanal, hilft uns ein bisschen weiter, das würde uns echt mächtig freuen. Ja, wie es dann eben am zweiten Tag weitergeht, wie schon erwähnt, nächsten Samstag, würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid, in dem Sinn, wünsche ich euch alle ein kräftiges Petriale, stramme Schnüre und wir sehen uns beim nächsten Video. Haben wir die Jäle!